Frühling in einem Naturschutzgebiet mitten in Westfalen. Die Sonne liefert schon einige Stunden Licht und Wärme. Gebüsche und Bäume sind noch ohne Laub. Nur der Schwarzdorn hat es eilig. Noch bevor die ersten Blätter erscheinen, hat er in nur wenigen Tagen eine weiße Blütenpracht entfaltet. Tief unten, am Grunde der Blüte, glänzt kalorienreicher Nektar. Die erste und zurzeit einzige Nahrungsquelle für die frühen Insekten. Angelockt von der Blütenfülle haben sie sich alle hier versammelt. Es sind Honigbienen. Schnell und äußerst effizient suchen sie eine Blüte nach der anderen ab. Sie orientieren sich am Duft des Nektars. Ihre Fühler geben Auskunft darüber, wo etwas zu holen ist. Der Saft landet in ihren Honigmägen und der gelbe Pollen, der in der Behaarung hängen bleibt, wird zusammengebürstet und an den Hinterbeinen abtransportiert. Das Ziel ist rund 850 Meter entfernt. Es sind die Bienenstöcke oder Beuten, wie Imker sie nennen. Dort haben sie den Winter in einem Holz- oder Kunststoffkasten verbracht und sind jetzt von der Sonne aufgeweckt unterwegs. Die Entfernung ist für Honigbienen kein Problem. Bis zu einem Kilometer fliegen sie hin und zurück, solange wie die Blüten ihre Nektar liefern. Und dann erscheint da noch jemand im Gebüsch. Der Zilbzalb ist aus dem Winterquartier in Afrika zurück und wer zuerst kommt, besetzt das beste Brutrevier. Der Zilbzalb ist ein Insektenfresser und diese Schwarzdornbüsche sind vielversprechend. Die Honigbienen passen nicht in sein Beuteschema, sie sind zu groß für den kleinen Schnabel. Er sucht die Zweige nach kleinen Fliegen und Käfern ab und scheint dabei nicht sehr erfolgreich zu sein. Der Schwarzdorn hat derweil sein Ziel erreicht, erfolgreichen Sex. Und dafür hat er einigen Aufwand getrieben. Er braucht jemanden, der seine Pollen von einer Blüte zur anderen trägt und die Honigbienen machen das schnell und zuverlässig. Als Belohnung gibt es zuckerhaltigen Blütennektar und reichlich Eiweißkost in Form von Blütenstaub. Nach diesem Akt gibt es für den Schwarzdorn keinen Grund mehr mit Nektar zu locken. Er braucht die Nährstoffe jetzt selbst für den Blattaustrieb. So ist der Busch nach wenigen schönen Frühlingstagen auch schon verblüht. Für die Insekten wird das Nahrungsangebot hier jetzt knapp. Imkerei ist Landwirtschaft und der Imker weiß natürlich, dass für seine Bienen und für ihn hier nicht mehr viel zu holen ist. Er hat seine Bienenstöcke bereits zu ergiebigeren Quellen abtransportiert, denn andernorts beginnt jetzt die Rapsblüte. Nur zwei von den mehr als 20 Völkern sind zurückgeblieben. Es dürften aber immerhin noch 30.000 dieser Hochleistungsinsekten im Naturschutzgebiet herumfliegen und die restliche Arbeit verrichten. Doch was ist mit den wild lebenden Insekten? Etwa 9.000 Arten gibt es in Nordrhein-Westfalen und gerade bei den Fluginsekten gibt es massive Arten- und Mengenverluste. Das ist nicht mehr wegzudiskutieren. Es gibt auch viele Hinweise, dass die Honigbienen, zumal wenn sie sich in dieser Masse auf das Blütenangebot stürzen, eine erhebliche Nahrungskonkurrenz für Wildbienen und andere Insekten sind. Dieses faulen Auge hat irgendwo versteckt den Winter überlebt, von der Sonnenwärme geweckt ist es jetzt dringend auf diese frühe Nahrungsquelle angewiesen. Für den kleinen Zehfalter gilt das ebenfalls. Die Wildbienen leben solitär, bauen ihre kleinen Wabennester ganz alleine im Boden oder in Mauerritzen. Auch Wespenköniginnen mögen Süßes, sie wird bald irgendwo einen neuen Staat gründen, wenn man sie denn lässt. Die graue Sandbiene, ganz typisch für diesen Lebensraum, baut ebenfalls Bodenlester in 10 bis 20 cm Tiefe, die jeweils nur zwei oder drei Brutzellen enthalten. Ein winziger Rapsglanzkäfer ist auf der Blüte gelandet. Was die Größe betrifft, ist er ein typischer Vertreter heimischer Insekten. Die allermeisten sind kaum größer als 4 mm und deshalb den meisten Menschen unbekannt. Aber ihre Rolle im Naturhaushalt ist unbestritten. Sie sind zum Beispiel die Nahrungsgrundlage vieler Sinkvögel wie dem Ziltsalb. Das gilt auch für diesen Winzling, einem Rüsselkäfer. Er bohrt gerne Blütenknospen an, um dort ein Ei zu hinterlegen. Statt der Früchte wächst dann dort eine Käferlarve heran. Nicht alle Insekten wecken auf Anhieb unsere Sympathie, aber mit dieser Beurteilung und Einordnung werden wir ihrer Bedeutung nicht gerecht. Zu Schädlingen werden sie übrigens erst, wenn wir ihnen ihre Lieblingspflanzen auf Ackerflächen gleichmassenhaft anbieten. Dann kann auch der winzige Rapsglanzkäfer zum Problem werden. Hier im Naturschutzgebiet gilt es aber die ganze Vielfalt zu schützen. Auch für die Ameisen liefert der Schwarzthorn jetzt einen wichtigen Beitrag zur Ernährung. Dafür scheint ihnen kein Fußmarsch zu weit. Und das ist die Ausgabe der Schwarzthorn, die Gläsern auf den drinnen und聊te. Dann kommen diese Trächer-Kartenz und beatings Ziltschamfer-Kartenz. Das ist die Untertitelung des Ziltschamfer-Kart. Und zwar für die Rechners entgegen, die Anbieter. Das ist die Untertitelung des Ziltschamfer-Kartenz. Und dann sind da am Frühlingsanfang noch diese merkwürdigen Flieger unterwegs. Große Wollschweber. Wollschweber haben ein ungewöhnliches Design. Ihr pelziger Körper erinnert an eine Hummel. Der gefährlich vorgestreckte lange Saugrösel steht in auffälligem Kontrast dazu. Stechen können sie damit nicht, aber jede Nektarquelle ist damit erreichbar. Dazu kommt ihr rasanter Flug. Wenige Sekunden verharren sie auf der Stelle wie ein Kolibri, verschwinden blitzartig und tauchen im nächsten Moment an anderer Stelle wieder auf. Die Videoaufnahmen hier sind in Zeitlupe wiedergegeben, unmöglich sonst Wollschweber so lange zu beobachten. Wenn der Schwarzdorn verblüht ist, wird die Landschaft plötzlich grün. Jetzt liefern auch andere Blütenpflanzen Nektar und Pollennahrung für das Insektenvolk. Für die Schwalben, zurück aus Afrika, sind sie jetzt eine unverzichtbare Nahrungsquelle. Jetzt öffnet der Weißdorn seine Blüten, anders als der Schwarzdorn, immer erst nach dem Blattaustrieb. An den Wegrändern blühen die Hunsrosen und die Honigbienen haben sich auch hier bereits wieder eingefunden. Die verblüffende Formenvielfalt der Insekten und die damit verbundenen Anpassungsstrategien an ihren Lebensraum sind faszinierend, wenn man erst einmal genau hingeschaut hat. Immerhin 60% aller bekannten Tierarten gehören dazu und ständig werden neue Arten auf der Welt entdeckt. Die Rolle, die sie in den Ökosystemen spielen, sind manchmal kompliziert und schwer zu entschlüsseln. Dahinter steckt eine über 100 Millionen Jahre lange Entwicklungsgeschichte. Insekten sind deshalb unverzichtbarer Teil unserer Tier- und Pflanzenwelt und wir dürfen ihnen zumindest in den Naturschutzgebieten nicht die Nahrungsquellen streitig machen, indem wir auch dort unsere Nutztiere einfach in die Landschaft entlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020